Also es wird jetzt irgendwie immer mehr zur Gewohnheit, dass ich Videos aufnehme, wobei sich danach, kurz danach wieder aufklärt, was tatsächlich Fakt ist. So ist es bei Koi Takura gewesen, da habe ich noch spekuliert, okay, bleibt er, bleibt er nicht. Ich habe auch schon meine Befürchtung geäußert, dass er eben nicht bleiben könnte. Kurze Zeit später, da hat es nur eine halbe Stunde gedauert, war klar, Koi Takura geht. Jetzt das Gleiche mit Jonjo Kenny, ich habe gestern ein Video hochgeladen, kommt Jonjo Kenny, er hat den Vertrag bei Everton nicht verlängert. Und Hertha hat offensichtlich jetzt seine Fühler nach ihm ausgestreckt und hat ihn jetzt verpflichtet, okay. Also Jonjo Kenny wechselt zu Hertha, ich würde sagen viel Erfolg, aber Hertha ist ein direkter Konkurrent von uns, um den Klassenerhalt. Und dementsprechend lasse ich das auf jeden Fall mal beiseite, bist auf jeden Fall ein sympathischer Typ, Jonjo Kenny, der wechselt jetzt nach Hertha. Ja, naja, gut, jeder muss selber wissen, was er tut. Ja, hat vielleicht auch einfach mit fehlendem Wissen zu tun, was die Hertha tatsächlich auch bedeutet für Schalke 04, beziehungsweise eben noch nicht. Ja, ja, dann einmal dazu, es gibt ja, um das kurz nochmal zu erklären für diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben, Hertha BSC hat eine einseitige Fanfeindschaft gegenüber Schalke 04. In anderen Worten, Schalkern ist es total Latte, im Kern ist es Schalkern total Latte, wie es dem geht auf YouTube ist tatsächlich noch ein bisschen anders. Auch da ist schon die eine oder andere Vorgeschichte gegeben zwischen Herthanern und Schalkern, die ich auch nicht weiter befeuern möchte. Aber, ja, letztendlich ist es im Kern so, Herthaner hassen Schalker und, ja, deswegen auch, ja, ein Transfer, der einfach, ja, nicht so schön ist. Ähm, okay, das einmal dazu, ähm, was ist sonst noch so los gewesen? Gestern war die Mitgliederversammlung von Schalke 04 und, ja, die Mitglieder haben tatsächlich die Vorstände von den Jahren 2019 und 2020 nochmal ins Gebet genommen. Und zwar haben sie sie nicht entlastet. Ähm, wer das kennt, auf einer Mitgliederversammlung von einem eingetragenen Verein ist es immer so, dass der Vorstand entlastet werden muss, äh, für seine Arbeit im vorherigen Jahr. Das hat auch nur symbolischen Charakter tatsächlich, also daraus entstehen jetzt keine großen Konsequenzen. Ähm, ja, kann vielleicht nochmal in irgendwelchen Gerichtsverfahren nochmal zum Thema kommen, wobei, da wird sowieso nichts passieren. Also, ich gehe davon aus, dass unser Vorstand und unser Aufsichtsrat aus den jeweiligen Jahren, ähm, da keine negativen, keine weiteren negativen Konsequenzen, äh, draus ziehen wird, äh, aus deren schlechter Arbeit, die sie für Schalke 04 tatsächlich, äh, äh, geleistet haben. Ähm, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, dass, äh, das so dann auch hart durchgezogen worden ist von den Mitgliedern. Finde ich auf jeden Fall ist der richtige Schritt, auch wenn es so ein symbolischer ist, ähm, ja, halte ich das für richtig. Okay? Leute, macht es gut. Bis dahin und ciao.